Musik Nun haben wir eine neue Situation. Wir sollten nur für neue Kunden und neue Kundinnen einen Rabatt geben. Und zwar beim Umsatz von über 500 sollten Sie 10% bekommen haben und sonst einfach einen Prozent Begrüßungsrabatt. Da müssen wir unsere Wenn-Künste ein bisschen erweitern. Und zwar, ich muss Wenn-Funktion kombinieren mit einer Und-Funktion. Und-Funktion erlaubt mir, diese Kriterien müssen alle erfüllt werden. Also ich sage Wenn-Und. Hier beim neuen Kunden-Bezeichnung steht Gänsefüßchen Ja. Und gleichzeitig Umsatz ist grösser als 500 Franken, Klammern zu von und, dann gibt es sagenhaft 10% Rabatt. Ist das nicht erfüllt, dann gibt es einfach Trostpreis 1%. Jetzt sagt der Computer, ey du hast Klammern vergessen da zu machen. Ich sage schon gut. Bei einfachen Klammern ist das kein Problem. Und jetzt habe ich es. Ich sage, der Kompi sagt mir, du bekommst 1% Rabatt, weil du zwar neue Kunde bist, aber zu wenig Umsatz gemacht hast. Ich sage, ja Moment mal, ich kaufe noch 400 Franken plus, oder fast 400 Franken und habe ich 520 Umsatz gemacht, ich bin neuen Kunde, gibt es 10% Rabatt. Und beim nächsten Mal mit diesem Umsatz, nein, ich bin nicht neuen Kunde, also bekomme ich nur 1%. Ich mache das Ganze nochmals. Ich hole mir Wenn-Funktion kombiniert mit Und, weil ich habe zwei Sachen zu überprüfen und beide müssen erfüllt werden. Und dann sage ich, wenn der Kunde da steht, ja für neue Kunden und Umsatz ist größer als 500 Franken, Klammer zu, Semikolon, dann gibt es 10% Rabatt und Semikolon und sonst gibt es 1%, Klammer zu, damit der Computer nicht mutzt. Und wenn das funktioniert, dann kann ich noch Klick-Klick machen, kann ich sagen, so, das F13, FG13 und G15, das muss fixiert sein, zack, das funktioniert nicht, weil ich hier Klammern zwischendurch habe, ok, anklicken, schwupps, und die beiden, schwupps, und jetzt kann ich das nach unten schicken, und jetzt zum Beispiel Neukunde, wenn der 600 Franken macht, hat er 10%, wenn er kein neuen Kunde wäre, schupps, es funktioniert alles, vielen Dank.